Musik Willkommen bei Vorarlberg Heute, die Themen des Tages. Volles Haus, Kleberer Warnteifel präsentierten ihre erste CD. Vorarlberg Heute mit Marina Köberle. Wir machen gerne Veranstaltungen, bei denen das Haus voll ist. Gestern war das so. Um halb acht waren sämtliche Parkplätze rund um unser Funkhaus besetzt. Freunde und Fans der Kleberer Warnteifel strömten ins Publikumstudio. Die Herren haben nämlich dem Drängen vieler Fans nachgegeben und präsentierten mit Wälderwahn ihre erste CD. Darauf befinden sich die besten Lieder der bisherigen Matchprogramme. Auf der CD sind die besten Lieder aus fünf Jahren. Neu sind kritische Seitenhiebe auf Vorarlberger Begebenheiten. Vor allem wenn man einen Grund hat zum kritisieren oder lustig machen. Das mögen die Leute gehen. Und uns gefällt das natürlich auch. Die eh schon scheint, oh Zahn, und wo man sehr viel erben kann. Dann brauchst ein Richter oder ein mit schickten Händen. Die schreiben dir ein wunderbares Testament. Die schreiben dir ein wunderbares Testament. Gut gefallen tut mir die Mundart und das Auftreten von den Jungs. Und ja, ich verfolge es jetzt auch schon länger. Und toll, dass sie eine CD haben. Ich habe sie jetzt heute zum ersten Mal gehört und war total begeistert. Und ja, also toll. Also mir, die Lieder sind voll lustig. Also mir ist voll gut gefallen. Es ist voll zum Tod lachen. Als Wälderwahn natürlich bin ich da gehöre ich ein Fan. Ich war heute schon zum dritten Mal. Das Konzert wurde live bei Radio Vorarlberg übertragen.